Capital Power ist ein Stromerzeuger mit Hauptsitz in Alberta, Kanada und verfügt über Stromerzeugungsanlagen in ganz Nordamerika. Das Unternehmen ist darauf bedacht, langfristige Werte zu schaffen, die Umwelt zu schützen und die lokalen Gemeinden zu unterstützen, um Projekte in seinen 28 Anlagen zu verwalten. Capital Power benötigte die Unterstützung durch ein umfassendes und zuverlässiges CSR-Management-Tool. Von der Erfassung der Anträge über die Auswahl der richtigen Projekte bis hin zur Berichterstattung über die Auswirkungen musste das Tool alles bieten. Nach sorgfältiger Analyse wurde OptiMai zum Spitzenreiter für Capital Power. Die Funktion von OptiMai, die für Capital Power am interessantesten war, war die Möglichkeit, selbstständig Änderungen an den Formularen vorzunehmen und die Einfachheit des Tools. Mit OptiMai hat Capital Power seinen Community-Investitionsprozess vereinfacht. Funktionen wie das Aufgabenmanagement und der automatisierte Arbeitsablauf hatten einen großen Einfluss auf die tägliche Arbeit des Teams. Capital Power verfügt derzeit über neun verschiedene automatisierte Workflows, die komplexe Projekte in ein einfaches Projektmanagement verwandelt haben. Alles Dank OptiMai.